Wer in Jena mit Bus und Bahn fährt, dem ist im vergangenen Monat eventuell aufgefallen, dass die Fahrkartenautomaten fehlten. Denn der Jena Nahverkehr möchte seine Serviceinfrastruktur modernisieren. Aus diesem Grund wurde heute an der Haltestelle Holzmarkt ein Fahrkartenautomat der neuen Generation vorgestellt. Er bietet nun eine Fahrplanauskunft mit direktem Ticketverkauf. Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit, dass man einen einmal erworbenen Fahrschein, der mit einem Barcode ausgegeben wird, nachkaufen kann. Das heißt, wenn ich die gleiche Fahrt wieder machen möchte, halte ich diesen Fahrschein einfach vor den Barcode-Leser am Automaten und kann den Fahrschein nachlösen. Und die dritte Neuerung, die wir haben, ist, dass man seine Abo-Chipkarte am Automaten auslesen kann. Und wenn man sein Abo verändern möchte, also in ein anderes Abo-Modell oder eine andere Relation umsteigen möchte, künftig auch am Automaten direkt aktualisieren kann, nachdem das Abo im Hintergrundsystem bei uns abgelegt worden ist. Diese Funktion hatten die gut 20 Jahre alten Vorgängerautomaten nicht. Das war für die Verantwortlichen des Jena-Nahverkehrs ein ausschlaggebender Punkt für die Modernisierung. Außerdem haben die insgesamt 16 neuen Fahrkartenautomaten auch Vorteile gegenüber den Fahrschein-Terminals in Bussen und Bahnen. An den Automaten, die wir an den Haltestellen aufstellen, ist es möglich, das gesamte Fahrschein-Sortiment im Barverkauf einschließlich auch vier Fahrtenkarten zu kaufen. Vier Fahrtenkarten gibt es im Fahrzeug nicht, weil dort alle Fahrscheine sofort zum Fahrtantritt bestimmt sind. Das fällt bei einer Vierfahrtenkarte zugegebenermaßen schwer. Und ich habe am Automaten an den Haltestellen die Möglichkeit, auch vorzudatieren. Das heißt, ich kann heute eine Wochenkarte oder Monatskarte kaufen, die erst in ein oder zwei Wochen beginnt. Neben den neuen Fahrkartenautomat am Holzmarkt wurden auch schon weitere in Lobeda und Burgau installiert. Bis zum Ende des Monats sollen dann alle 16 Fahrkartenautomaten der neuesten Generation für die Kunden des Jena-Nahverkehrs an den zentralen Haltestellen zur Verfügung stehen.